Der Effekt des Ereignisses betrifft dich in keiner Weise, es sei denn, er bezieht sich auf das Ende einer Runde. Dann würde ich die Karte ausspielen jetzt. Erst wenn jemand fertig gemacht hat oder sowas. Bevor ein Ereignis kommt, kannst du die schnell reinmachen. Dann betrifft es dich nämlich nicht. Wenn jetzt einer ein Ding hat, kannst du die schnell reinlegen. Und Special Flavors? Ja, wenn ein Ereignis ausgelöst wird, dann legt sie die Karte drauf. Dann wird sie nicht betroffen. Dann wird sie nicht betroffen. Außer es betrifft das Ende der Runde. Richtig, außer es betrifft das Ende einer Runde. Doomsday, Finish Line, Time Bomb. Bei Doomsday, Finish Line und Time Bomb schreibst du allerdings keine Punkte auf. Wir sollen noch Bilder aufschreiben.